Jesus Christus Jesus auferstanden ist, wenn ja, woher? Das steht in der Bibel und aus dem haben wir es vom Pastor gehört. Wissen Sie, dass Jesus auferstanden ist, wenn ja, woher? Ja, ich weiß es und ich weiß es aus der Bibel. Wissen Sie schon, dass Jesus auferstanden ist, wenn ja, woher? Ich weiß das, weil ich das als Kind schon gelernt habe. Wissen Sie schon, wissen Sie schon, wissen Sie schon, dass Jesus auferstanden ist. Wissen Sie schon, wissen Sie schon, wissen Sie schon, dass Jesus bestsellt ist. Weiß es, wo ist dein Geist? Ich weiß es, wo ist dein Geist? In der Bibel, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel. Im Bild, wie Gott spricht, wenn ich dein Vater bin. Stimmt, dann bist du Gott, du bist. Weißt du schon, weißt du schon, weißt du schon? Weißt du schon, weißt du schon, weißt du schon, dass Jesus Christlos lebt? Weißt du schon, weißt du schon, weißt du schon, dass Jesus auf uns haben wird? Musik Woher sind wir zwei, woher drei zusammen sind, woher drei zusammen sind, Christus spricht, indem er selbst, indem er selbst in unserer Mitte liebt. Weißt du schon, weißt du schon, weißt du schon, dass Jesus Christus ist? Ohne mein Zutun ist er da, ohne mein Zutun ist er da, mit mir zusammen wird die Wahrheit widerstellbar ist, auch an mir im neuen Leben klar. Weißt du schon, 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 weißt du Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass wir mit Jesus Christus singen.